hallo liebe youtube-kommande ich bin euer zocki und ich heiße ich recht herzlich willkommen zurück zu resident evil 7 so ich denke jetzt geht's ich glaube wir kommen dem ende schon ziemlich nah denn ich bin vollkommen ich bin extrem bewaffnet jetzt mal ohne witz das ist unglaublich was ich da bewaffnet bin davon geladen ich denke jetzt geht es richtig ab wir werden mit der schotty schießen denke ich was echt die muss ich jetzt noch holen gehen warte schande ich wusste nicht dass ich die jetzt mit brauche ja da muss ich ja etwas hier lassen lassen wir das hier und dann lassen wir die piste hier oder dann lassen wir das hier ja gott warte dann kann ich noch kann ich noch ein serum habe ich nicht mehr was habe ich noch was kann ich noch mitnehmen wir könnten trotzdem das hier wieder mitnehmen ja voll um vorbereitet irgendwie voll bewaffnet aber das wichtigste lasse ich da das sollte genug sein wenn wir das serum hergestellt haben was dann draußen ist ein boot damit fahren wir durch den sumpf aber keiner von uns beiden wird ohne serum weit kommen musste stand a hey eins davon ist meins was was sorry knapp deinen arsch zurück ins haus auf dich überwähig dich später oh gott ich habe keine naja jetzt muss ich noch nachladen auch noch warte ich halte mich kurz sonst bin ich gleich im arsch wo ist die pistole vielleicht mit der pistole schießen wo willst du jetzt hin hey du kommst mir viel zu nahe boi komm zeig mir dein arge selber schmorren schmorren beweg dich nicht zu viel au das war nicht besonders nett baby oh geil jetzt brennt alles warum brennt denn jetzt alles hast du furzen müssen ich muss immer wieder nachladen komm her ja was war das jetzt wo ist dein arge du verschwinde eine Zeit ah sexy so gehört sich das denk am besten gar nicht nach komm einfach her super super da hast du recht ich liebe dich definitiv nicht ein auge gibt es noch oder mehr zeig mir dein auge jetzt hängt es kurz vor tag jetzt bla 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 verlauf wo ist deine arge po habe ich Ich muss mich kurz heilen Nimm die Waffe Er braucht immer so lang für die Piste Au Fuck Wie schauen wir aus? Roter Bereich, heil dich, heil dich, heil dich, heil dich, heil dich Oh, warte, warte, warte Pass auf, würde ich gerne mal ausprobieren Geil Aber ich will hier rüber Warum komm ich hier nicht mehr rüber Jetzt komm ich hier nicht rüber Schmorenig, komm hier nur durch die Tür Fuck Was ist das? Was ist das Zerom an ihm? Du... Du willst dass ich ihn heile? Ja, irgendwie... Das will sich dann... Du... 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 Ah, da ist noch was Flinten-Munition Hier ist auch noch mal Flinten-Munition Mal kurz rumgucken, ne? Ich würde gerne da hintere Aber es geht leider nicht Oder vielleicht so rum? Ne Oh, jetzt habe ich sicher eine Wahl Irgendeine Wahl habe ich Mir, Sirum geben Oder Zoe Oder so, denke ich Ich weiß nicht Ich muss da eins verwenden Jetzt ist nur eins übrig Es ist nur noch eins übrig? Es kann doch nicht nur eins übrig sein Was zur Hölle machen wir jetzt? Jetzt muss ich mich entscheiden, oder? Mir heilen, Zoe heilen Aber mit Zoe habe ich nicht wirklich viel am Hut Aber ich finde sie hübscher als Mia Was soll ich tun? Ihr könnt jetzt euch vielleicht mal küssen Hm, doch nicht? Okay Ich weiß nicht Mia, Mia, Mia ist Mia, oder? Ich meine Die Qual der Wahl, ne? Zoe hat mir aber immer geholfen Aber ich bin auf der Suche nach Mia gewesen Also werde ich Mia heilen Ist es okay? Ich war dumm zu denken Ich könnte fliehen Aber Zoe Geht's? Geht's schon, ihr beiden? Komm mit uns Es gibt sicher jemanden, der helfen kann Ihr ist mein Zuhause Offenbar gehöre ich hierhin Ich werde Hilfe schicken Brauchst du nicht Es wird niemand zum Helfen mehr hier sein Es tut mir leid Aber ich war ja wegen Mia hier Und nicht wegen Zoe Zoe ist dann irgendwie dazwischengekommen Und die kann sich nicht einfach so dazwischen Nein, das geht nicht Oh Gott Es tut mir leid Eason? Vielen Dank. Wen hätte ich denn sonst wählen sollen? Eason. Mia, ich weiß, du hast viel durchgemacht. Wir müssen reden. Du hattest was damit zu tun, nicht wahr? Sieh doch. Ich will nur die Wahrheit wissen. Eason, ich erinnere mich wirklich nicht. Versuch's. Ist das das Boot? Wie ist das nur hierher gelangt? Was ist das? Was zur Hölle war das? Was zum Teufel? Was ist das? Was ist das? Was geht denn jetzt ab? Vielleicht ist das jetzt Zoe. Kann nicht möglich sein, oder? Was? Jetzt spiele ich Mia? Fang besser an zu laufen. Seltsame Flasche. Scheint wichtig zu sein. Aber nutzen kann ich sie nicht. Okay. Gut, dann spielen wir jetzt halt Mia. Das ist Ethan. Jetzt sehe ich mich zum ersten Mal, oder? Ethan! Ethan! Das ist jetzt aber nicht geil, weil Ethan hat die ganzen Waffen. Der hat die Knarren. Zoe kann sich nicht verteidigen. Außerlich Zoe. Mia. 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 Ah, lass mich kurz hier gucken, ob ich da was finde. Wow. Jetzt hat sie mich kurz gerissen. Was war das? Sobald ich speichern kann, werde ich einen neuen Spielstand speichern. Und werde dann versuchen, also irgendwann einmal, werde ich Zoe heilen. Und mal schauen, was dann passiert, ne? Noch höher. Was ist das? Menschen, okay. So, mal kurz gucken. Ich habe nichts für mich zu verteidigen. Gibt es hier nicht irgendwo was Schönes für mich? Sie sind tot. Sie sind alle tot. Was ist? Der Maschinenraum. Wovon zum Teufel redest du? Sie haben sich alle umgebracht. Oh, Mist. Was zur Hölle was hier ist hier? Wir brauchen Waffen. Gibt es hier irgendwelche Waffen auf dem... Äh, ich weiß nicht. Oh. Komm, wir gehen hier lang. Vielleicht kommen wir hier raus. Okay, ist klar, ich muss hier lang. Aber ich will nur kurz gucken. Hier ist nichts. Fuck. Ja, wieso kriege ich nichts? Vielleicht gehört das zu Kru. Ja, gut. Okay, wird nicht aufgehen. Okay, wir gehen hier. Da geht es nicht weiter, oder? Was ist hiermit? Da ist nichts. Okay. Ah Gott. Wo ist jetzt Ethan? Der hat die ganzen Knaren. Wo ist denn? Grüß dich, wie geht's dir? Ja, sie ist nicht mein Kind, okay. Was ist mal hier? Captain. Erster Offizier. Zweiter Offizier. Offizier. Mechaniker. Okay, Arzt. Okay, hier ist nichts. Hast du irgendwas für mich? Sie ist in mir. Sie ist in jedem. Oh Gott. Sie ist die Flüssigkeit, die ist super, die Schwarze, gell? Aha. Gebarrt. Eigentlich. Länge. Du bist jetzt wirklich hier, gell? Was ist so witzig? Ich muss hier hoch, okay. Ich kann doch nicht hier ran müssen, oder? Ah, ne Münze. Geil, als würde ich zurückkommen nochmal in die Ding, ne? In den Wohnwagen. Ich kenn dich nicht. Ich geh absichtlich in die andere Richtung. Oh ja, ich krieg ne Chemikalie hin, das ist super. Einen Feuerlöscher, könnte ich den nicht als Waffe nutzen? Echt jetzt? Ich hab nichts für mich zu verteidigen. Hey! Oh Gott! Oh fuck! Ja! Ich wollte das öffnen. Er kommt. Ach, meine Finger ganz blutig, ich kann das nicht aufschlagen. Aber läuft, ich krieg grad. Okay, ich glaube er steht draußen vor der Tür. Wie krieg ich denn das kaputt? Wie krieg ich denn das kaputt? Ich krieg ich denn das kaputt? Ich krieg ich denn das kaputt? Ich krieg ich da mal vor der Tür. Nee! Ah, halloooo. Da sitzt sie. Sie schaut fern, ihre Lieblingsserie. Soll ich jetzt zum Fernseher gehen, oder wie? Okay. Test-Subjekt E001. Ah, siehst du? Ich habe gewusst, das hat eine Bedeutung, das E001. Erwin, dein Zustand wird schlimmer. Sie muss mich beim Angriff infiziert haben. Und es ist schon zu weit fortgeschritten. Aber das geschieht mir recht. Sie ist wegen mir entkommen. Ja, es ist deine Schuld. Das heißt nicht, dass ich dich sterben lasse. Aber, wie hat sie nicht angegriffen? Das ist Teil ihres Prägungsprotokolls. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Hier. Nimm das. Ihre Gewebe-Proben. Finde sie. Briggs in Ordnung. Okay, Evi. Wo bist du? Ey, die hat eine geilere Knarre als Ding, als Eason. Bisschen Moni holen. Was haben wir da? Abteilung für Speziale Sätze. Okay. Okay. Codex. Mal gucken, ob hier noch was Schönes drin ist. Nein, nicht. Okay. Evi. Komm zu Mami. Habe ich ganz zufällig eine Karte? Siehst du denn, ey? Okay, ich bin ganz nah dran. Was ist das hier? Dann kann ich einen Fahrstuhl holen. Ah, ich geh weg. Über mir oder unter mir? Aber trotzdem lass mich umgucken. Hier haben wir Pillen. Bewegt sie sich eigentlich? Nein, sie selbst bewegt sich nicht, ne? Gerade? Aha. 15, ich geh wieder weiter weg. Aber hier möchte ich auch noch reingucken. Ist nicht möglich. Okay, schade. Ich denke, hier drinnen, hä? Da ist was. Muition. Alter, der will ich geben mit der Knarre. Auch noch ein paar Pillen. Verschlossen. Ach, wie blöd. Kann ich das auch wieder wegpacken? Munition. Aha, hier werde ich nicht durchkommen, nehme ich an, oder? Nope. Wir entfernen uns wieder. Hinauf klettern. Ah Gott, nee, das ist der blöde Raum. Das ist... Und wieder zurück. Okay. Servus, bin wieder da, gell. Okay. Ah, Blödsinn. Also ich war schon richtig. Ich hab das... Ich muss das schwarze Dings hier irgendwie loswerden. Kann das möglich sein? Ich möchte jetzt aber nur nicht meine ganze Munition verschwenden für Evie. Verschlossen. Ja, da fehlen mir die Dinger. Verschlossen. Ja, sie ist da drin irgendwie, hä? Irgendwo. Ich muss hier irgendwie rein. Lass mich kurz. Also das ist ja Ergänzungsmittel. Ah, das ist ein bisschen blöde. Okay. Von der anderen Seite verschlossen. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Was hab ich übersehen? Zehen? Ach Gott. Ach Gott. Ja, da war das... Das ist ein Wahnsinn. Ich will da nicht drauf schießen. Weißt du, ich will Munition sparen. Ich renne hier nur in Gras. Gut, ich schieße jetzt einfach drauf. Was soll ich denn großartig machen? Oder vielleicht kann ich? Nein, ich... Ich schieße jetzt einfach mal drauf. Evie! Ich also... Ich schieße jetzt... Ich schieße jetzt... Ich schieße... Ah Gott im Himmel, was brauche ich da? Pin und Chemikalie. Ich bliege ehrlich gesagt gerade eben überhaupt nicht durch. Vielleicht muss ich wieder mit dem Typen reden? Kann das die Möglichkeit sein, dass ich einfach mit dem reden muss jetzt da? Zum hingehen sagen, ja ich habe da irgendwas gefunden und ein Dingsbums da, ich komme nicht weiter. Eingenäuse Risiko, lalala, verhalten Sie sich stets wie die Eltern von... Ok. Was stand da noch? Entschuldigung. Beseitigen, ja. Habe ich hier nichts? Ich habe hier nichts, ich habe keine Ahnung. Leider Gottes aber wahr, übersehe ich hier etwas ganz 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 wichtiges, denke ich. Ich habe mich ja schon überall umgesehen, was ist denn hier los? Was habe ich übersehen? Ich dachte hätte er sein können, dass das funktioniert. Nichts. Oops. Ich denke, ich muss diese Tür hier aufkriegen. Von der anderen Seite verschlossen. Gibt es hier einen Weg? Na klar, siehst du, was ich da übersehe? Sie übergibt sich. Evie. Verdammt, ich muss ihn zurücksetzen. Wie geht's voran? Sie übergibt sich. Viel mehr, als ihr Körpergewicht zulässt. Oh, großartig. Wir werden vielen mehr von ihren hässlichen Freunden begegnen, wenn das so weitergeht. Okay. Wir müssen sie finden. Und zwar schnell. Das stimmt langsam überhand. Dem stimme ich zu. Ach so, das ist sie hier gar nicht. Das ist einfach nur ihre Kotze. Sonst ist hier nichts mehr. Okay, gut, 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 gut. Jetzt kann ich mit dem Fahrstuhl fahren, denke ich. Mal gucken. Hey! Wow! Kann ich jetzt noch hoch? Nein, ich muss den Fahrstuhl nutzen, denke ich. Ah, da war doch wer! Hans. Sie fährt hoch. Das ist sie. Es, zwei, eins. What? Da ist einer doch reingekupft. Au! Das will ich aber jetzt gar nicht net. Wo ist mein Aim hin? Wow! Ich brauche verdammt viel Munition für diese Kackkinder hier. Welches soll ich jetzt denn? Zwei war es, gell? Zwei sind wir. Hier. Keine Reaktion. Ah, fuck it! Was ist das? Was ist das? Ah! Da ist es. Perfekt. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Wie viel kann der einhängen? Bleibst du liegen jetzt? Was der einstecken kann? Das ist ja unerhört. Unglaublich. Fuck! Ich habe nicht das nöchtige Ding dafür. Ich denke immer, dass das ist, aber das ist es nicht. Oh ja, geil! Bomben haben wir jetzt auch. Sexy, oder? Jetzt läuft's, oder? Ich bin voll ausgestattet. Wo bist du? Da bist du. Okay. Kommst du her zu mir, oder? Ich kann ja nicht dich von hier aus killen. Ah, der kommt schon, der kommt schon. Ah, da bist du tot. Evie, wo bist du hin? Ich denke, ich muss hier durch, aber ich will hier noch gucken. Aha, warte, jetzt habe ich hier ein Messer. Chemikalien. Ich müsste das herstellen, denke ich, ne? Weil Munition herstellen ist eh wohl nicht. Das ist das Training für was macht. Oh Gott. Woooh. Wo ist das? Na? Wie ist das? Geil! Bestimmte Metalle auflösen. Aha! Das ist einfach nur ne Säure. Guuut. Okay, Evie. Ich werde deine Mami sein. Komm nur jetzt sofort mit mir zurück, okay? Hi. Ich bin's Mami. Komm her. Bin ich hier nicht richtig gewesen jetzt? Bewegt sich nicht, ne, Evie? Okay, dann habe ich... Ah, da! Da ist Evie! Hast du sie gefunden? Ja, aber sie ist weg auf. Sie macht mehr Freunde, Alan. Die Dinger sind überall. Ich hab's dir ja gesagt. Geht's dir gut? Mach du dir Sorgen, wie du Emily zurückbekommst. Okay, gut. Wir sind schon mal richtig. Wow! Wow! Oh! So viel verballert schon. Nur wegen zwei. Sie rennt weg! Evie rennt weg! Moment! Moment, ich muss das aufätzen, ne? Gut, gut. Munition bräuchte ich auch, bitte, please. Ja, dankeschön. Grad nämlich auch sehr gerne. Noch irgendwo was. Ah, ne Münze! Nein, doch nicht. Ah, ich dachte, das wäre ne Münze gewesen. Oh, der Prince! Ah, ist schon doof. Fuck! Ah, ist schon doof. Ich kann die Viecher nicht alle killen. Evie! Hey! Ähm, ich glaub, drei? What? Ah, Leute! Wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Ich weiß gar nicht, wie lang das schon geht. Das rennt sich hier schon Ewigkeiten. Wir... äh... Keine Ahnung. Wir sehen uns an der nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und brav sein. Tschüssi! Musik Musik Vielen Dank.